Hey Freunde! Willkommen zurück zu Zimbabwe. Zu Zimbabwe in Kongo. In Kongito. Zimbabwe in Kongito. Das ist das neue Magazin von Günter Wallraff. Zimbabwe in Kongito. Er hat an seiner schwarzen Reporter irgendwo eingeschleust. Er hat sich schwarz gemacht. Hat er doch schon mal, glaube ich. Ja, oder? Da wird er testet, wie du es ist, weil er schwarz ist. Ja, fix. Holy shit Freunde, Günter Wallraff. Der Mann ist echt verrückt. Der Mann ist echt schlimm. Der Mann ist zenil, mein Freund. Ja mittlerweile, aber früher war er auch schon so schlimm. Ich war da nicht sogar kurz in meiner Nervenklinik. Ja, weil die Leute gesagt haben wir jetzt verrückt. Aber das war, glaube ich, eher so ein... 10 Uhr Scheiß. Was? Ja, okay. Günter Wallraff, ich war nur einmal in der Nervenanstal. Und Sie? Sind Sie nervig gesund? Und ich schon wieder. Guck mal, wir haben jetzt. PR steht für Public Relations. Hast du das gewusst? Ich hab mir noch viel Puberty und Racist. Ja, vielleicht. Ah, das ist also ein Pubertäts- und Rassismus-Gag. Er so mit 17 so... Ah, bin in der Nervenanstal. Ah, ah, ah. Das ist so wie Haier. Ich hasse... Die Haier-Dwarf eher ein Gag. Wenn man es nach diesem Schema sieht... Ja, oh! Du dreckiger Wichser! Es ist stark! Es ist stark! Wie war Shadow dann? So hart Scheiße! Weiß ich nicht. Ja, wer es mit Sonic Shadow besiegt... Ja, ich weiß. Ja, er ist ihm. Also man sollte eigentlich der Freier auch nicht gewinnen, oder? Dieses Shadow. Wieso sind Shadow gewinnen? Um den Sonic Wind zu vermeiden, mach einen Salto. Ich kann keinen Salto. Ich schätze mal, der einfach ein Sprung ist ein Salto. Ja, aber dann kann ich ihn nicht erwischen. Ja, aber du willst ihn ja nicht erwischen, wenn du den scheiß Wind machst. Sicher, weil dann kann ich ihn erwischen. Da ist er vermuntbar. Ja. Das haben wir gerade gesehen. Ja, Baby auch! Ich werde zu langsam über mich erwischt. Nur mit einem normalen Sprung. Was ist denn das für Scheiße? Chaos Control! Können wir ein gutes Sonic-Spiel spielen. Aber er muss nicht erfunden werden, gell? Ja. Ja, Sonic fast ist es nicht schlecht. Es ist halt, wie sie sagen, langweilig. Ja, aber Sonic schon erwischt ist es gut. Oh, Sonic und die schwarze Kette, Alter! Sonic und die schwarze Tagesmutter! WTF? Wie war es auch nicht? Ich glaube, sie haben am Nachmittag viel Freude gezeigt. Immer so am Vormittag. Hallo Sonic, ich bin wieder da. Machen wir es wie immer, oder? Chaos Control! Aber früher wie Sonic und die schwarze Termine. Cool, ach. Früher war es irgendwie noch cool. So wie Sonic Unleashed. Das hat früher voll cool gewesen. Ja, Sonic Unleashed ist auch voll cool. Wirklich? Ganz okay. Ja, ja, eben. Oh, 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 der Wind, der Wind. Das Himmler schon kennt. Ich benutze deine Chaos Control, sagt er. Ich benutze deine Chaos Control. Holy shit. WTF, Alter? Deswegen kannst du es nicht verwenden, weil er sagt, er benutzt sie jetzt. Ja, ja, sie sind seine. Im Messier-Teil. Also du, ich brauch's jetzt. Du kannst es halt am Nachmittag wieder haben, wenn du es brauchst. Aber jetzt zur Zeit brauche ich's noch. Oh, Peter, er f*** echt. Alter, er f*** echt. Er ist zu stark. Ich glaub, da brechen wir jetzt Sonic Adventure an. Komm bitte, das gibt's doch nicht, siehst du das? Ja, ja. Er rennt so schnell wie du. Was auch nicht, wie man's nennen soll. Sprinst. Sprinst, ja. Oder fliegst. Sprinst. Sprinst. Was heißt Spin Dash? Was heißt Spin Dash? Was heißt Spin Dash? Spin Dash? Rapi Dash ist ein Pokémon. Habidee. Na, das hast glaub ich noch noch. Nein, ich hab so noch nicht. Oh, ich hab noch mal. Oh, 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 Peter. Oh, 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 zwei Treffer noch. Oh, oh, oh. You can do it, Peter. If you really want, but you must try. Yo, try and try. Okay, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich mich langsam tue und nicht deppert... Chaos Control. F***ing S. F***ing S. S, F***er, schau das an. Oh, oh, oh. Weißt du mir das aus, Peeps? Nein, weißt du nicht. Okay. Hast du gerade gesehen, was er gemacht hat? Ja, ja, er ist immer so. Hihihi! Schön! Schön! Vielleicht geht das doch aus. Ja. Vielleicht, vielleicht. Ja, Dr. Eggman macht. Haha, lustig bin ich. Oh, ja, das war's! Yujinaka! Oh Gott, Freunde, das war's! Leider noch nicht ganz. Nein, das muss noch nicht. Takeshi Isuja, Isuka. Takeshi Is Castle! Ist es dasselbe? Hoffentlich! Weil dann hat er nämlich seinen Beruf gefunden. Scheiß Spiele machen. Weil Takeshi Is Castle cool ist. Da wollt ihr immer gern mitspielen. Meistens muss, also es gibt ja die Version, wo du mit einer zweiten Person hingehst. Mit einer Frau. Oder mit deinem Kind. Oder mit einer Frau. Oder wir gehen zu meinem besten Freund. Mit einer Frau. Wir sind schon zu zweit. Mit einer Frau. Vielleicht haben wir ja Glück und neben Joko und Klaas moderiert nur eine Frau. Oh! Der war Pärchen hat ja mal ein bester Freund. Sicher. Echt? Dankeschön! 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 Du liebst diese Art von Scheiße. Ja, die Rakete, zwölf, Eck-Kampfstation. Dr. Fatman. Roushé! Moshe Rouge! Soll ich das ein Fazit abgeben, oder ist das überhaupt noch richtig? Na. Besser als Soma. Besser als Soma. Ja, irgendwo ja. Irgendwo. Es ist sowas ohne wie wäre so bei Turing-Test. Ja. Wobei, das war so wie Soma nicht besser für den Turing-Test. Echt? Turing-Test ist okay, aber es gehen dann halt irgendwann nur noch auf die Eier und irgendwann ist... Es war nie wirklich eine Herausforderung. Ja, aber es war nie nur. Sonic 10's Anniversary! Aber Freunde, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben einen Turing-Test. Schaut in unsere Playlist vorbei, da seht ihr alle Spiele, die wir gespielt haben. Und die wir hier spielen werden. Kommen wir auch da rein, ja. Seht ihr dort? Wenn sie da sind, ja. Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen. Okay, und jetzt kannst du die Szene aus der Dark-Geschichte wählen. Ja. Wähle jetzt gegen die Zeit-Boss-Levels aus der Dark-Geschichte. Na, danke. Neue 2-Spieler-Kampfzonen auf Level 4 wurden freigeschaltet. Das klingt super. Das klingt super. Das klingt super. Das klingt super. Da nehme ich jetzt fest. Das klingt super. Ich liebe es Freunde, ich liebe es! Wie lange dauert der Schwachsinn? Holy shit! Holy shit! Das ist ja pervers! Na, danke! Danke, ich weiß, wo ich stehe! Oh Gott! Müssen wir das wirklich noch machen? Auf jeden Fall, ja! Was hast du jetzt? Oh, 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 ich mag nicht nur noch mal! Phantasy Star Online! Ja, mein Lieblingsspiel! Planet of the Chaos! Holy shit! Okay Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode zum Last! Ich hoffe auch zur Last Episode! Auf Sonic the Fudge Dog the Fuckboy! Yeah!